Microsoft Excel ist zweifellos einer der bekanntesten und am häufigsten verwendete Anwendungen weltweit. Einer der herausragenden Eigenschaften von Excel ist seine Anpassbarkeit, die es den Anwendern ermöglicht, Arbeitsblätter und Tabellen nach besonderen Wünschen zu gestalten. Warum erwähne ich das? Der Grund ist, es gibt Situationen, in denen der Bedarf nach mehr Effizienz und Einfachheit in der Dateneingabe und Analyse besteht. Damit meine ich, in solchen Fällen wären Standard Excel Vorlagen zu einer unschätzbaren Ressource. Standard Excel Vorlagen, was ist das? Das sind vorgefertigte Tabellen oder Arbeitsblätter in Excel, die bereits vollständig fertig sind, damit du deine Daten nur noch eintragen kannst. Nun kann man sich die Frage stellen, warum benötigt das? Das werden wir nun in diesem Video anhand von konkreten Beispielen durchbesprechen. Als ersten Schritt möchte ich dir einfach mal zeigen, wo man diese Standardvorlagen in Microsoft Excel findet und wie man diese auch verwendet. Dazu startest du wie gewohnt Microsoft Excel und könntest nun eine leere Arbeitsmappe beginnen. Das werden wir nun nicht durchführen und zwar werden wir anstatt einer neuen Arbeitsmappe auf weitere Vorlagen navigieren. Und zwar kannst du das unmittelbar direkt in der Startseite oder alternativ auch im Bereich Neu gibt es aus meiner Sicht eine schönere Darstellung von den Excel Standardvorlagen. Und zwar kann man hier bereits in diesen Kacheln erkennen, dass es sich um unterschiedliche Standardvorlagen handelt. Beginnend mit zum Beispiel wöchentlichen Terminplänen bis zu Rechnungen oder auch Projektnachfolgung, Schichtarbeitskalender und vieles mehr. Das sind nur ein kleiner Auszug aus dem Repertoire von Microsoft Excel. Es gibt und das finde ich sehr gut gelungen, auch gegliedert nach Rubriken. Und zwar gibt es Standardvorlagen, zum Beispiel alles was unter geschäftlich zugeordnet werden kann. Hier fallen unter anderem zum Beispiel Standardgeschäftsrechnungen, Mitarbeiteranwesenheitserfassung, Gewinn- und Verlustrechnungen, Marketingbudgets. Was haben wir hier noch, Umsatzprognosen, Cashflow-Prognosen, Angebote, Websitebudget, allerlei sozusagen. Und es gibt hier wirklich eine große Anzahl an verschiedenen Standardvorlagen. Wir werden dann gleich eine Standardvorlage auswählen. Zunächst möchte ich auch noch die anderen Rubriken kurz vorstellen. Und zwar gibt es auch hier unter persönlich private Darstellungen von zum Beispiel Familienbudget, Adressbuch, Fotostammbaum. Also wirklich sehr unterschiedliche Themenbereiche, Planner und Tracker finde ich auch sehr umfassend. Beispiel ist auch ein Investitionstracker und Listen und vieles mehr. Hier lohnt es sich wirklich Zeit zu nehmen und diese einzelnen Standardvorlagen zu erkunden. Wenn das nicht genug ist, dann gibt es doch immer die Möglichkeit auch Onlinevorlagen zu suchen. Es gibt auch sozusagen die Webseite direkt auf Microsoft und zwar unter create.microsoft.com und dort gibt es nochmals die Rubrik Excel-Vorlagen. Hier kann man nochmals weitere Excel-Vorlagen nach gewissen Bereichen suchen. Darüber hinaus auch noch Präsentationen, Lebensläufe und vieles mehr, dass sozusagen hier alles zur Verfügung steht und auch eingesetzt werden kann. Nun öffnen wir mal eine erste Standardvorlage, beispielsweise eine Verkaufsrechnungstracker. Und zwar öffnet sich dieser Vorlagenbereich automatisch nach Doppelklick und wir erhalten nun sozusagen bereits eine vorgefertigte Rechnungsdarstellung, aber auch unter den verschiedenen Arbeitsblättern, zum Beispiel auch noch den Kunden. Hier zum Beispiel noch die Rechnung im Hauptblatt, Rechnungsdetails. Wie man sehen kann, benötigt es hier lediglich noch der Austausch oder die Anpassung der konkreten Daten. Die Funktion hingegen, die ist bereits vollumfänglich in der Vorlage vorhanden und kann dann sozusagen so verwendet werden. Und hiermit kommen wir auch schon zu einem der etlichen Punkte, warum man Vorlagen verwenden soll. Und zwar es spart jede Menge Zeit. Du musst keine neuen Tabellen von 0 an erstellen, was ja grundsätzlich sehr viel Zeit kosten kann. Es ist auch so, dass Vorlagen auch dich unterstützen im Bereich von Fehlervermeidung. Da es beim Eintragen von den Daten oftmals auch zu Fehlern kommen kann, welche ich dadurch verhindern kann. Nun sehen wir uns eine weitere Vorlage an. Beispielsweise im Bereich persönlich. Und zwar ein persönliches Monatsbudget. und erhalten auch hier eine aus meiner Sicht sehr schön aufbereitete Vorlage und ist auch einer der wesentlichen Punkte. Es ist relativ einfach zu nutzen. Du musst kein Excel-Experte sein, um diese Vorlagen zu verwenden. Es ist auch so, dass die Berechnungen teilweise automatisch stattfinden. Das bedeutet, man muss diese nicht mehr manuell mühsam erstellen. Und man muss auch keine teure Software kaufen, um diese Funktionen von diesen Standardvorlagen zu verwenden. Wie du siehst, haben wir hier beim persönlichen Monatsbudget auch noch eine Startseite, wo in aller Kürze erklärt wird, wie denn diese verwendet wird und auch worum es in dieser Vorlage geht und wie diese eingesetzt werden kann. Und das ist natürlich ein sehr guter Startpunkt für alle möglichen Analysen oder auch Erfassungen. Wie du siehst, hilft dir insgesamt, diese Standard-Excel-Vorlagen, deine Arbeit einfacher und schneller zu erledigen, ohne dass du ein Commuter-Genie sein musst. Ich selbst verwende diese auch sehr gerne. Und falls du Fragen dazu hast, hinterlass mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen, dir zu antworten und würde mich sehr freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und ganz viel Erfolg.